Hallo bei Drinking Warig. Wir haben heute mal was anderes mit euch vor. Es ist ja der so und so vielte, bitte hier einblenden, und wir wollen euch heute ein Getränk mitbringen. Das war früher so ein bisschen verschrien als das Spießergetränk, jetzt ist es mega hip und mega cool, wir sind voll auf den Halbtrain mit aufgesprungen. Ja wie man unschwer erkennen kann, wir machen ein Jantonic, ein Jantonic für mich und meine Freunde. Man braucht dafür nicht viel, man braucht Eis, warm schmeckt es nicht, Zitrone nehmen wir, hier man kann auch, wenn man es klassisch mag, eine Gurke nehmen, ein bisschen gutes Tonic Water. Wir haben es mit allem probiert, es schmeckt wirklich eher mit etwas... Mit dieser nicht genannten Marke schmeckt es am besten. Es schmeckt besser mit etwas Tollem, also es muss nicht das sein, es kann auch ein völlig anderes sein. Dann ein Gin, kann man jetzt darüber streiten, was da schmeckt und was da nicht schmeckt, und ich meine im Endeffekt nimmt man das, was man kriegt und gut ist. Das ist eigentlich ganz einfach, wir schneiden uns... Ich mache mir mal so ein Scheibchen Zitrone. Ohne Finger? Ja bitte ohne Finger, Messer höllisch scharf. Für jeden ein Scheibchen Zitrone, einfach rein damit. Braucht man gar nicht viel machen, man kann es auch natürlich voll kunstvoll schnitzen und so. Ich schnitze nicht so kunstvoll. Was im Hintergrund klappern hört, ist Lisa, die die letzten Utensilien bringt und daneben schmeißt. Strohhelme sind auch in meinem Bett. Sehr sicher! Ich habe schon drei getrunken! Nein, das ist natürlich durchsitzgewiss. Ich mache Eis gerne vorher rein, damit dann auch alles schon direkt gekühlt wird. Dann habe ich in einem Laden gelernt, wo man das so macht. An dieser Stelle ein Gruß an den Mann, der mir das Messer verkauft hat. Es war ein sehr lustiges Gespräch über Gläser. Ähm, genau. Eis kann man natürlich nach Gusto machen, genauso wie eigentlich die Mengen. Also wie es einem eigentlich schmeckt. Es ist hier jetzt nicht wirklich wichtig, wie viel wo reinkommt. Ähm, Gin nehme ich jetzt erstmal 4cl für jeden. Wer mehr mag, macht mehr. Wer weniger mag, macht weniger. Es ist auch immer, je stark man das Ganze haben möchte, nicht? So, zweimal rein. Ähm, jetzt habe ich natürlich keinen Flaschenöffner. Doch, ich habe einen Flaschenöffner. Damit noch korken wir mal das Tonic. Stefan arbeitet nämlich auf der Baustelle und da gibt es so wieder erstmal Bier. Richtig. Richtig. Wo ganz wo anders. Aber das kann ich euch mal mal nase erzählen. Ähm, so eine Pulle auf 4cl ist eigentlich immer ganz gut. Jetzt müsst ihr gar nicht mehr viel tun. Einfach irgendwo hinbringen, wo ihr das gerne trinken möchtet und reinhauen. Da sind sie, die leckeren Gin Tonic. Ich würde sagen... Prost! Prost und frohe Weihnachten! In diesem Sinne, Prost, Chroniken, frohes Fest, ähm, schönen Abend und was auch noch da alles dazugehört. Es sind bestimmt nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Viel Spaß noch mit den kommenden und den gekommenen Türchen. Und der gleiche Gewinnspiel! Prost! 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 Prost!